Willst du mich sagen? Ja. Elias ist eine Art Hilfslehrer. Der kleine humanoide Roboter versieht seinen Dienst in einer Grundschule in der finnischen Stadt Dampere. Eingesetzt wird er in einem einjährigen Testverfahren, unter anderem beim Sprachunterricht. Wo leben Sie? Ich habe nur nach Tamales Schule. Ein weiterer kleiner Roboter hilft beim Matheunterricht. Der blaue Tutor übernimmt eine kleine Gruppe. Ich denke, das neue Curriculum, die Hauptidee ist, die Kinder involviert werden und sie motiviert werden. In diesem Sinne denke ich, dass Roboter und die Roboter kodieren und mit ihnen arbeiten, das ist definitiv etwas, das mit dem neuen Curriculum und etwas, das wir Lehrer haben, um zu beantworten. Schon länger werden humanoide Roboter im Pflegedienst getestet. Seit zwei Jahren tingeln die kleinen Maschinen auch testweise in finnischen Grundschulen. Im Grunde sind sie ein Gadget mehr, das in den Lehralltag integriert werden könnte. Einen Lehrer ersetzen wird Roboter Elias nicht. Oh, vielleicht gibt es noch mal eine Bedeutung dafür,地 nitrogen zu werden. Das ist wichtig, was ich bin zu veröffentlichen. Also, das ist nicht wirklich wichtig. Auch hier heißt das zu finden, wunderschön, im Rahmen von Fäholstern. Ich bin ein Spanns. Ich bin ein Spanns. Ciao. Ich bin ein Spanns. Ich bin ein Spanns. Ich bin ein Spanns. Das ist wichtig, ich bin ein Spanns und spanns.